Willkommen zurück zu Clash Royale Let's go neue Arena Ich bin jetzt in Arena 16 Eine Arena höher Ja Und ich kann dann schon die neuen Karten von der Arena bekommen in den Truhen Aber schauen wir mal, ob ich die bekomme oder nicht Je nachdem, was in den Truhen Drinnen ist Okay Die schauen wir uns dann nochmal an Nachher welche Karten da Zur Verfügung stehen Dann Golem Ja Sehr gut Dann will ich mal warten Ich will tatsächlich ein bisschen sparen Ja Ritter Und dann werden wir ab jetzt sparen Okay Dann rein mit dir Dann runter Vielleicht können wir dann Die zusätzlichen Ritter Da Herholen mit drei Elixier Wir müssen kurz drüben aufpassen Aber funktioniert eigentlich alles Noch halbwegs Bomber Ja Komm Ich darf das mal wieder in eine Hütte setzen Schauen wir mal Schauen wir mal Komm Erstmal so Ein Dritter Ja Ja Noch führe ich Komm Ja Schade Schauen wir mal, ob er was setzt Er setzt tatsächlich was Komm Dann Dann Golem Dann Golem Und rein Ja Doppel Elixier kommt gleich Das nutzen wir aus Hütte auf die andere Seite Hexe Okay Komm Ja Jetzt Go Komm Ja Ist Okay Komm Dann helfen wir den Turm Ich meine den anderen sollte ich haben Ja Okay Rein da Komm Ja Geht drauf Die Seite verteidigen Klappt Eigentlich ganz gut Dann Weiter Ritter rein Ja Ja Dann Kugenschützen Ich lasse ich mal die Banditin da drüben Dann würde ich noch einmal sparen Ja Komm Ja Okay Geht sich nicht aus von der Zeit Sehr gut Ich hätte ein bisschen früher setzen können die Kobolde Aber war nicht schlecht Gibt es hier Karten Gibt es hier Karten Ja die beiden Da gibt es Warum bin ich jetzt oben Es gibt hier Nochmal Karten Da oben nochmal welche Ja da gibt es einfach die Karte aber die hat ja schon jeder Ja Ja Okay Die beiden kann ich kriegen Die sind jetzt nicht so gewöhnlich Ja 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 Okay Gut Leute Ich hoffe Hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Euer Rotschlumpf Machts gut Tschüss Gina Gere